Hallo Leute, was geht? Ich bin krank und das bin ich seit Freitag, letzter Woche. Deswegen kommen keine Videos. Verzeiht es mir bitte, aber ich fühle mich auch nicht in der Lage 20 Minuten lang durchzulabern. Ich kann zocken, ich kann mit Freunden zocken, ja. Aber da muss ich auch nicht 20 Minuten labern oder streamen und dann sogar noch länger labern. Also bitte verzeiht es mir, dass keine Videos kamen. Und auch erstmal demnächst nicht kommen werden, weil meine Stimme das einfach nicht hinkriegt und mein Krankheits- oder Gesundheitsstatus das auch nicht mitmacht. Ja, ich hoffe ihr seid dann, wenn es wieder Videos gibt, mit dabei wieder. Und wir sehen uns dann bei das nächste Mal wieder. Haut da rein!